Hi meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, ist mein Freund Big 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 wieder dabei. Aber zum Beispiel bin ich bei mir zu Hause. Das heißt, ich bin bei unserer Arbeit, bei einem Tempo. Dort, wo ich mich da, ich seh ich schon die Challenge gemacht habe. Und wie ich gerade sehe, macht der Kascha gerade sich mit einem Regenschirm und er macht... Wo es gar nicht mal regnet, hier drinnen. Oder? Ich sitze irgendwo hier Regen, liebe Zuschauer. Nein. Nein, also. Ja. Was ich sagen wollte ist, leider ist der Ludwig nicht in meinem Modul. Aber wir sind jetzt in der Baute. Genau. Also, soll nicht schnell mal was passieren. Ja, und da ist der Kaschi. Mehr oder nicht sozusagen. Und die Birgit ist auch da. Und wir werden auch noch die Tanja reinlegen. Ja, wir werden die Tanja reinlegen. Ich hoffe, ich habe nämlich was ganz Besonderes für sie ausgedacht. Ich bin schon gespannt. Na ja, die Birgit war schon was. Und, ähm, ja, gut, dann sehen wir uns dann zu Hause mit einem neuen Video. Was? Ähm, ich weiß noch nicht... Und ich mache heute auch noch ein Video, aber ich weiß noch, was ich auf meinem Account mache, weiß ich noch nicht. Aber mal schauen. Und ich weiß es ja da auch noch nicht. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn ihr es wisst, okay? Also, bis dann, eure Selle Uranus. Tschüss! 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 Vielen Dank.